Solle, ich möchte dir heute zeigen, wie du dieses Tag 1 Stadthaus baust und damit würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt an. So, für unser Haus brauchen wir so eine glatte Wand von einem Berg. Die habe ich jetzt offensichtlich selbst so gemacht. Wenn du eine fertige findest, auch gut, wenn nicht, kannst du die natürlich auch so glatt machen. Wir benutzen für das Tag 1 Stadthaus wirklich nur Sachen, die du auch direkt am Anfang findest, nämlich alles aus Eiche hier. Holz, Holz und noch mehr Holz, später auch ein paar Steine. Wenn du so eine Wand gefunden hast, dann gehst du an den Punkt, wo du anfangen möchtest und machst 1, 2, 3, 4, 5 nach oben und fängst dann hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bereit. Dann gehst du 1, 2, 3, 4 nach unten und das Ganze wieder hier lang, sodass wir ein schönes Quadrat haben. So soll jetzt Holz hier reinkommen und zwar einmal so, hier unten, hier natürlich so hoch, hier hinten auch, da habe ich Blödsinn gemacht, so hoch. Hier wollen wir jetzt die Stämme so haben. Machen wir das mal hier und oben wieder längs. Kommen wir da so dran, ja, machen wir gerade so, dass wir jetzt so mit den Eichenholzstämmen ein schönes Quadrat haben. Was kommt als nächstes? Folgendes, jetzt brauchen wir hier noch einen Stamm. Ups, jetzt habe ich den auch noch weggemacht, ich Idiot. So, und machen hier noch einen Stamm rein, einfach für unsere Treppe. Jetzt wissen wir schon, hier kommt unsere Treppe rein und hier kommt dann unser großes Fenster rein. Als nächstes brauchen wir Eichenholztreppen, die setzen wir so hier dran, ganz normal, dass es so hoch ist, dass wir auch hier hoch kommen. So, hier können wir jetzt wunderbar zweimal Eichenstämme hinsetzen, hier ein Eichenstamm, andere Seite genau dasselbe, dass wir so eine kleine Treppe haben. Warum ist der eigentlich so rum? Der soll doch hoch. So, so, dass hier ohne Probleme die Treppe rein kann. Machen wir mal gerade. Setzen hier die Treppe rein. Auf, haben wir schon mal die Treppe. Hier kommt jetzt noch Zaun drauf, dass das Ganze ein bisschen schöner aussieht, so. Und vor allem wollen wir hier dann auch noch ein Zauntor vormachen, so, dass keiner da durchkommt. Ein Zauntor. Kriegen wir das noch so hier hin? Müssten wir eigentlich auch noch Probleme hinkriegen. So, jetzt können wir durch, können zu machen. Wunderbar. Das wollen wir haben. Jetzt können wir hier außen hingehen. Dafür brauchen wir mal so den hier und machen hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs breit. Aber der bleibt frei. So, hier alles. So, unsere Erde hin. Dass wir da wunderbar unsere Farm hinbauen können, die wir natürlich von Anfang brauchen. Hier machen wir noch einen Eichenstamm hin. Denn hier kommt jetzt auch folgendes hin. Und zwar Zaun. Bis hier oben hin. So, 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 so. Direkt neben der Türe auch. Und hier packen wir jetzt noch Holzstufen drauf, sodass das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Könnten wir natürlich noch mal eins drüber machen. Aber ich finde, ich persönlich finde, dann sieht es nicht mehr so schön aus. Machen wir mal zwei drüber. Dass wir so ein kleines Dach haben. Jetzt gehen wir erstmal hier in die Mitte. Hauen den einen Block hier weg. Holen uns Wasser. Für unseren... Ja, für unser Wasser, was wir natürlich brauchen. Weil hier wollen wir ja ein Feld hin machen. Machen wir eine Hacke hin. Auf jeden Fall. So, gib mir die mal. Danke. Alles hacken. Dann kann da dein Feld drauf. Man sieht schon, das Wasser da tut dann hier wirklich alles befeuchten. So, dass wir hier auch wunderbar dann was anbauen können. Wahrscheinlich mache ich jetzt wieder irgendwas kaputt. Machst du hier einfach überall Weizen drauf. So. Also, man sieht schon, alles wird feucht. So, dass es auch gut wachsen kann. Und dann haben wir hier vor schon ein kleines Beet. Das können wir natürlich noch verschönern. Indem wir hier, weil das einfach kacke aussieht, so die Klappen dran machen. Haben wir ein Beet direkt vorm Fenster. Jetzt gehen wir rein. Wir machen die Türe auf. Wir machen eins, zwei, drei, vier tief. Und drei hoch, bitte. So. Gehen das Ganze hier lang. So lang, wie wirklich hier das Fenster ist. Und wie unser ganzes Haus ist. Alles weg. Gucken wir mal. Da ist das Haus. Weg. Weg. So. Alles weg hier. Hauen wir mal gerade weg. Oh, da habe ich schon einen zu weit weggehauen. So. Das muss weg hier alles. Alles muss hier weg. Weil hier kommt unser Haus hin. Das weg. Hier tief. Und so lang. Wie das Haus. Jetzt sind wir hier drin. Was machen wir als nächstes? Als nächstes machen wir erstmal hier ein Fenster. Wieder mit Trapdoors. Von oben auch noch. So, dass wir unser Fenster haben. Und da wird es, glaube ich, schon wieder regnerisch, oder? Jawohl. Sehr gut. So, jetzt gehen wir hier hin und machen folgendes. Und zwar machen wir hier jetzt auch noch Baumstämme rein. So, dass wir hier schön noch ohne Probleme es aussieht, als wäre das auch noch so ein Stützpfeiler. Links und rechts jeweils. Jetzt haben wir in der Mitte noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 frei. Was machen wir? Wir machen 1, 2 lassen wir. Die hier kommen so weg. Denn hier kommen jetzt Öfen hin. Und eine Werkbank. Wir nehmen mal verschiedene Öfen, weil Seite 1, 14 gibt es ja jetzt auch verschiedene Öfen. Ich weiß gar nicht, ob man die auch so übereinander setzen kann, wie die alten. Wir probieren es jetzt mal. Wahrscheinlich ja. So. Sämtliche Öfen haben wir jetzt hier. Verschiedene. Dann brauchen wir natürlich noch eine Werkbank. Die kommt auch hier so in die Mitte. Bam. Dann haben wir schon mal die Öfen und die Werkbank, die wir brauchen. Als nächstes machen wir hier die Blöcke weg. So. Zwei tief. Hier auch. Zwei tief. Jetzt müssen wir hingehen und die Wände hier weg machen. Und mit Holz verkleiden. Damit das Ganze natürlich schön aussieht. Also Wände mit Holz verkleiden. Hier auch. So. Ich habe die immer gerne eine Etage weiter tief drin. Man kann die natürlich auch auf die Höhe der Öfen machen. Aber lieber so. Warte. Habe ich jetzt hier verkehrt gemacht? Nein. Da muss nur einer. Okay. Also hier alles wieder verkleiden. Auch mit Eichenholz. So, dass das schön aussieht. So. Jetzt kommen wir zu den Truhen. Die brauchen wir. Wo sind sie? Truhen? Jawohl. So. Die unteren sind ja kein Problem hier drin. Die Truhen. Die gehen ja ohne Problem. Hier oben geht dann natürlich nicht auf. Deswegen müssen wir die weg machen. Und hier Treppenstufenverkehr da rum rein. Die Ecken noch schön machen. So, dass das auch ordentlich aussieht. Und dann können wir da wieder eine Kiste hin machen. Und auch aufmachen. Wunderbar. Also hier genau dasselbe. Weg, weg. Weg, weg. Einmal Eichenholz. 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 Bing, bing, bing. Aber bitte richtig rum. Hätte der gerne so eine kleine Kante drin. So. Die Kisten rein. Wunderbar. Geht auch auf. Jawohl. Jetzt brauchen wir noch Fackeln. Damit wir hier drüber mal was sehen. Und es etwas heller wird. So. Machen wir mal eine da hin. Eine da hin. Also. Inventar steht schon soweit. Was kommt als nächstes? Der Boden. Der ganze Boden muss raus. Der soll auch schick aussehen. Den können wir dann wunderbar. Weil wir ja die ganzen Steine hier abbauen müssen. Mit der Spitzhacke. Können wir wunderbar mit Cobblestone machen. Oder Bruchstein, wie er hier heißt. Also. Machen wir einfach den Boden mit Bruchstein. So. Ne. Da hinten. Hier von mir aus auch. So. Bam, bam, bam. Sieht doch schon ganz schick aus. Boden auch mit Bruchstein gemacht. Die Wand hier. Muss noch. Oh. Jetzt habe ich da ein Loch gemacht. Ja. Wann das ist, wenn man zu schnell haut. Aber das ist ja nicht so schlimm. Die Wand wird auch noch mit Eichenholzbrettern gemacht. So. Ist natürlich quadratisch praktisch gut. Aber es soll ja auch Tag 1 Starterhaus sein. Die Decke kann man auch noch ändern. Die muss natürlich auch noch geändert werden. Hier. So. Alles aus Eiche. Wenn du natürlich noch Birke. Findest. Direkt an Tag 1. Oder an anderes Holz. Dann bietet es sich auch an. Das Ganze mit einer anderen Holzart zu machen. Einfach damit man ein bisschen Abwechslung hier rein kriegt. Und nicht alles gleich aussieht. So. Sehr schön. Somit ist die Bude hier. Decke. 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 Boden. Alles fertig. Jetzt können wir noch hingehen. Und hier. So. Machen wir mal so rum. So. Klapp. So. Klapp. Ups. Mit Shift drauf. Jawohl. Klapp. Weg. Klapp. Von oben noch. Äh. So. Yep. So. So eine kleine Abteilung zu machen hier. Und dann kann man hier noch einzelne Truhen aufeinandersetzen. Die wird jetzt wahrscheinlich wieder nicht aufgehen. Siehst du? Da müssten wir wieder das hier machen. Ja. Da brauchen wir mal den hier. So. Um. So. Und. Äh. So. Aber jetzt müsste die auch aufgehen. Jawohl. Können wir hier noch extra Truhen reinmachen. Als nächstes fehlt noch ein Bett. Das brauchen wir. Nehmen wir uns mal das Orange. Hauen das hier an die Seite. Und können dann hier vielleicht noch mit Trapdoors so ein kleines Regal hinmachen. Und da noch so eine Kiste für unsere Rumpelsachen. Und fertig ist das Tag 1 Starterhaus. Mit einem kleinen Garten für Weizen, jede Menge Truhen, mit einer Werkbank, mit verschiedenen Öfen und allem, was das Herz begehrt. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du das nächste Mal verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zum nächsten Tutorial. Euer Ede.